Ich weiß jetzt nicht, nehmst du auf, nehmst du nicht auf. Okay, nehmt auf. Okay. Ja, herzlich willkommen zu meiner nächsten kleinen Testaufnahme. Oh, ich sehe gerade. Warum weckt es so? Puh, ist ja furchtbar. Einen Moment bitte. So. Oh, das leckt ja furchtbar. Ist ja scheiße. So. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so extrem rummeckt. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen zu meiner nächsten kleinen Testaufnahme von Warcraft 2. Ja, das ist ja ein einzelnes Szenario, was man selbst erstellen kann. Falls ihr dabei Hilfe braucht, wie man das macht. Ich kann euch gerne helfen. Joi, joi, joi. Irgendwo geht es hier richtig zur Sache. Ach, hier. Toll. Ja, meine Verbündete greifen sich gegenseitig an. Das ist ja toll. Super. Erledigt. Hey. Was? Ja. Hier sind alle Helden. Passt nicht kurz. Ja. Richtig geil. Paladine, Soldaten, Elfenranger, Magia, Katapulte und ich werde angegriffen. Ach so, hier. Ja. Passt schon. Ist ja eklig. Sie reifen die Stadt an. Oh, Mann. Wo? Ah, da oben. Oh, ich muss meinen Turm reparieren. Scheiße. Nein. So. Oh, Hilfe. Warum auch nicht? Bleib du bloß weg mit deinen scheiß Todesrittern. Ist ja Wahnsinn, ey. Komm, bevor der nächste scheiß Drache kommt. So. Und den Turm, bitte. Ah, jetzt fängt es wieder an mit Rumlecken. Einen Moment. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ist ja Wahnsinn, ey. Alles klar. Ja, wie laut. Bitte, Fraps. Mach keine Schwierigkeiten. So, dann wollen wir mal ein paar Greifer bauen. So. Also, wie gesagt, der Blaue ist mein Verbündeter. Der Orangene ist mein Verbündeter. Das kann man halt sehen wegen dem gelben Rahmen hier. Und die Gegner haben einen roten, also der Rote ist mein Gegner, der Grüne, der Weiße und auch der Gelbe. Und ich werde schon wieder angegriffen. Und das gibt es nicht. Mann, Fresse. Okay. Dann wollen wir mal ein paar Paladine bauen. Und eventuell auch ein paar Magier. Genau. So. Jawoll. Ja, und. Gut. Und Angriff. Oh nein. Ja, hab ich schon gesehen. Oh, ein feindlicher Drache. Toll. So. Und ganz schnell den Drachenhaus. Ah. Da ist der Todesritter. Sehr gut. Gut, 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 gut. Ja, dann muss ich mich ja erstmal wieder heilen. Und was sehe ich da? Ein Arbeiterstod. Super. So. Oh nein. Nein. Du musst sterben, Todesritter. Scheiß auf die Wachtürme. So. Ja, ja. Komm. Einer muss down gehen. Nein. Ah, verdammte Kacke. Schüte. Okay, das reicht erstmal. Danke fürs Zusehen.